was glaubt man sich weiter außer dir und heute sind wir auf der japanischen version von dookan battle denn auch im japanischen dookan battle habe ich nun rank 400 erreicht vorhin ist auch auf jeden fall ein langer weg dementsprechend gucken wir uns mal heute meine karte ist dann auf jp ein wort zum japanischen battle ist einfach mal von oben nach unten by the way jetzt wegen den neuen wegen dem neuen filter scrollen jetzt beziehungsweise kann man es einstellen ja ich habe jetzt eingeschätzt dass es quasi absteigend ist kann man aufsteigen stellen oder andersrum whatever anyway ich war einfach man damit ihr euch nicht wundert warum ich von oben nach unten scrollen so gesehen quasi das japanische dookan metal habe ich damals angefangen freunde zum zweijährigen jubiläum von dookan jp denn dort wurden angekündigt bzw kamen zum allerersten mal super saiyan 4 goku und super saiyan 4 vegeta bis dann habe ich nur global durchgang gespielt aber dann habe ich mir gesagt hey super saiyan 4 vegeta den will ich auf jeden fall haben ich kann da nicht warten sechs monate bis auf global kommt dann habe ich mir auf jeden fall jp account erstellt und habe da gefahren was ich konnte von ich habe das ganze spiel der grund mit dragon stones ich habe dann schlussendlich super saiyan 4 vegeta im allerletzten single gezogen freunde hashtag ein single sam und an dieser stelle auf diesem account habe ich sehr viel mit hashtag 1 things haben gezogen im allerletzten things haben fand ich nicht schlimm ich habe da natürlich ich habe da da kam auch discount so ja dass der vierte mutig grad ist auch für eine lange zeit für eine kurze zeit ihr wisst ihr das läuft bei so jubiläum aber anyway lange rede kurz sind er kam dann im allerletzten single aber bis dahin habe ich gott sei dank gute units gezogen und hatte somit dementsprechend direkt einen guten account mit dem ich anfangen konnte und geredo oder so habe ich nicht freunde ich mag das nicht so zu reronen ich mache einfach einen account an legt damit los ich bau den auf und dementsprechend sind wir auf jp freunde 400 rank 400 ich weiß gar nicht wie viele tage ich auf jp habe habe ich nicht aufgeschaut sorry aber rank 400 habe mittlerweile erreicht und dann fangen wir auch mal hier an ich habe quasi die sr-charaktere sr-charaktere hier mal kurz so durchflogen ihr ja seht sie was zu den zusagen gibt erwähnen ja ich glaube da sind noch offen auf der ssr-version sind eigentlich nicht viel hier hat ja mal gezogen und die sind da immer noch in der box sage ich mal bei den uhr-charaktieren ab da fange ich ein bisschen was an zu erzählen freunde ja und hier guck mal final form freezer wurde besiegt wissen wir ja auf global haben wir gewonnen haben wir den gucke bekommen hier wurde besiegt haben wir free sie bekommen ich habe kein problem damit gehabt wir werden aber noch eine eines karte der art sehen das sehen wir gleich nämlich vom jubiläum davor anyway da fangen wir aber auch jetzt auch schon mal an freunde mit den uhr charakteren die agel-charakterien wir haben ur-charakter got go auf 100 prozent ja ah by the way by the way by the way bevor wir weitermachen freunde mein jp account war eben als darüber erzählt habe war komplett free to play wirklich free to play bis full power google kam für das japanische du kam dann habe ich mir gesagt okay weißt du hast sex content bin ich auf jeden Fall gewillt und ich habe auch bock einfach also nicht nur sex content ich will sich darauf schieben versteht mich nicht falsch ich war auch ich habe auch einfach bock ich fand es immer cool dass die charaktiere jetzt ja logischerweise sie kommen zu jp zuerst das spiel zuerst rauskam und dann in global aktuell so vier monate danach wenn nichts vorgezogen ist hat ihr wisst ihr das ganze läuft aber ich war ich fand es geil immer an jp da kam charakter neu raus und ich war gehypt und da wollte ich dafür quasi einfach sammeln habe dann einfach angefangen ab full power google auch hier quasi ja sonst zu kaufen wenn ich das so sagen darf und genau ab dem zeitpunkt quasi damit ihr bescheid wisst war es dann nicht mehr free to play anyway wie gesagt ja vielfachen wie geht habe ich dann gott sei dank gezogen habe ich noch von den dupes gezogen irgendwann tatsächlich schaut man zwei dupes aber fragt mich nicht woher in jp ist auch viel jp habe ich einfach immer wenn ich fünf singles fünf stones hatte habe ich einfach reingeklatscht so mehr oder weniger oft sag ich mal so einfach so auch im fall account einfach nebenbei zu globe du kann wenn ich ihn doch kann ich glaube nicht sagen konnte er hat nicht jp da konnte ich einfach alles runter drücken soll wissen dass ich meine so war das im prinzip agel gott kann der schon auf 100 prozent ist auch irgendwie passiert tapion freunde tapion auf 100 prozent den habe ich auf global nicht auf 100 prozent das freut mich umso mehr an sich mein global account schon fortgeschritten das sind einfach mehr charaktere mehr charakter mehr dupes etc aber jp hält auch wirklich sehr gut mit freund und ich bin dann gut dabei das auch so weiter beizubehalten evolution geht da haben wir zusammen im stream gezogen freunde evolution damit zusammen im stream gezogen hatte gesagt er kann machen zusammen als das war in dem banner von agel super sengoku das war richtig geil und evo vegeta das eben das freunde evo vegeta als er zu jp kam war ich übertrieben gehypt evolution vegeta pure sane leader ich will ihn unbedingt haben bis er zu global kam bin ich ehrlich von da ist er halt verflogen in den global war es einfach nur so ich will halt einfach ziehen ich will ziehen dass ich ihn habe wisst das meine und das finde ich bisschen schade dass ich an jp geiler dass man einfach so im hype verfangen ist weil die die unit zum allerersten mal in jp kommt und ihr kennt das sicherlich es gibt einen unterschied also zumindest bei mir so wenn man ein karakter zum allerersten mal zieht dann ist es anders wie wenn man ihn dann noch mal zieht und so ist es leider bin nicht ehrlich so auf global zb football ruku auch richtig geil dass ich ihn gezogen habe aber im endeffekt wollte ich ihn einfach nur haben so auf global dass ich ihn habe und auf jp war da ein bisschen mehr hype ja da kam football ruku raus wie geil der aussah was für eine animation er hatte da haben doch gesammelt haben wir ihn gezogen so ganz kurz meiner meinung nach damit ihr da wisst was für ein standpunkt ich dachte ansonsten ja freunde ihr seht die ganzen super videos etc die habe ich auch irgendwann mal so gezogen ja ebenso auf tod erwartet die ganze zeit dass man die medaillen wiederholen kann damit ich ihn erwarten kann weil toda ist sehr gut dieser kid goku hier der kam letztens rein rein der wird noch zum allergoku ich habe das schon mal vorbereitet partweise wenn da immer stories hinzukommen da wird man ihn in zukunft zu einem allergoku entwickeln erwarten können zu viel pokémon erwarten können und ja darauf bin ich auch gespannt auf jeden fall siehst du solche sachen die kommen zuerst auf jp natürlich gibt es auch global exklusiv sachen aber so eigentlich von der timeline her ist halt jp first agel rosé habe ich dann eben so ich glaube ich habe rosé auf 100 prozent gezogen auf den weg zu vierfacher vegeta wenn mich alles täuscht war da auch im banner von vierfachen vegeta da habe ich halt übertrieben viele rosé gezogen ich habe mich sehr gefreut ja da hat sich direkt ein rosé am start 100 prozent ich habe vegeto blue habe ich damals aufgezogen whatever ja vierfagorieta freunde kam ich glaube wow ich habe da sogar ein dupe dafür ihr werdet merken jp da ist so einfach so überall gesamt ich werde wahrscheinlich vieles wissen umso aber umso spontaner ist hat dieser kommt beziehungsweise die die puls und umso geiler ist hat dann auch ja das feeling gewesen ich schaue einfach rein und guck was ich habe einen dupe gehabt ok wusste ich gar nicht den habe ich glaube ich gezogen mit elego geta glaube ich als elego geta war habe ich dann noch ein paar zusammen rausgehauen genau auf der anderen seite full power goku wie gesagt full power goku kam am morgen freunde ah jetzt weiß ich wo ich die zwei vegeta dupes habe aus dem full power goku banner bei nacht haben wir dann nämlich zweimal vegeta in eine mutter gezogen und am morgen tag drauf haben wir dann platz eins erreicht in jp haben wir stones bekommen da habe ich dann mit einem bait was ein bait ich glaube es war ein bait goku gezogen bin dann halt in mein bett gesprungen das war auch geil siehst du das sind so momente wenn man die karten zum allerersten mal zieht genau drei fall gutwegs freunde in jp war ich spielerisch ich dachte mir ja drei fall global immer aufgepasst dass ich alles richtig mache hier alles richtig mache jp war mir die wert ist merken war mir egal wie ich will ich nicht sagen aber für mich so ein experiment oder so einfach nur zum spaß dass ich bei gut zum beispiel zuerst oben links und dann mit zweiten geöffnet habe ich habe unten rechts direkt das würde ich auf global nie machen ich dachte mir ja den spiel ich eh nie ich öffne mal einfach mal oben links den zeiten und gehe mal auf den auf deutsch einfach zu testen wie das ist das merkt ihr freunde aber finde ich auch gut dass ich so eine ja so eine experiment basis habe wobei das kein gutes experiment ist einfach nur müll gebaut wenn ich so sagen darf aber trotzdem freunde ist halt das ist also das geile an jp so no regrets sage ich mal aber so gewisse viele charaktere die hinzu kamen free to play die nice waren habe ich dann auch auf jeden fall angefangen auf 100 prozent zu erfahren diese kursche ist sehr gut da haben wir auf jeden fall vorab einen blick was die charaktere drauf haben wenn sie zu global kommen das hilft mir auch auf jeden fall sehr natürlich weil japanisch lesen kann ich ja nicht ich tue das alles danach schon auf den internet seiten sei es auf reddit auf dokumen wiki vieles kann man sich aber also kann ich mir dann quasi ein bisschen raus lesen weil ich eben weiß wieso auf global das nicht das schema ist wie die charaktere aufgebaut sind vegeto blu habe ich mit im agl super sehen gugobanner gezogen da war das war das mit dem dual summit ruffy weiß gar nicht auf jeden fall aber ich glaube ja ja doch sollte sein ansonsten freunde ja virus hier nicht erwähnt aber ich sehr mitleinen haben wir uns gefahren den wie geht haben im cooler banner gefalle geben bekommen habe ihn auf sd3 gebraucht an der st nur ihr merkt schon er wird normalerweise werden auf global sofort erwacht aber auf jp kann erwarten sag ich mal aber das hier freunde bei freezer auf global da haben wir schon gelitten bei freezer auf global haben wir gelitten freunde also bei first von freezer aber auch bei angel gold freezer merkt euch das jedenfalls haben wir dann auf global gott sei dank ihnen dann gezogen das war richtig geil auch im stream zwei mann in einem multi aber hier freunde jp das seit der legend of fashion ein singles haben hier kam freezer an zweiter aufeinander folgenden tagen per ein per singles haben freunde ja ich habe hier auch freezer mit duke und das ist halt jp freunde der legend of fashion ein singles haben sowas passiert bei mir in jp oft und ich finde das übertrieben geil irgendwie und ich habe euch gesagt merkt euch auch einige gold freezer wenn ich kurz zu den skippen darf ich habe ich auch gezogen drei stück allem single freunde ich weiß ob alle drei aber zwei auf jeden fall einfach im stings haben als er rauskam auf global bin ich da 1200 zons reiner bin ich gezogen aber umso geiler für jp ist das meine so in schlechten zeiten in global als schlechte zeiten global gab als schlechte zeiten global hatte hatte mich jp hat gesagt kommt ja mein freund hier ist du kein jp ich gönn dir ein herrschild ein stings am ersten charakter so in dem also in dem sinne war es halt wirklich so richtig geil richtig geil kate zum beispiel so auf jp bringe ich gerne karakter auf 100 prozent vorab um zu testen wie sie sind kate zum beispiel um einfach zu gucken lohnt es sich lohnt sich nicht auch bei ihr lohnt sich auf jeden fall und im endeffekt mag es dann auf global auch so je nachdem ob es lohnt oder nicht zum beispiel bei ihr würde ich dann aber auf global gehen vielleicht zanzig dodge level 3 edition attack level 3 krit um einfach da ein bisschen ausgleich zu haben aber so die auch genauso die bei der bis auf gemacht erst auf jp getestet auf global dann aber zanzig dodge 6 3 krit 3 edition attack gemacht und so und so fort super gogeta habe ich dubst von ihnen nein super gogeta kam freunde da hat mich einen multi als er auf jp online kam habe ich sein doken event gemacht als video und danach als happy end quasi weil ich das event knapp gewonnen habe bin ich rüber und da ist er dann gejobbt in einem multisan da kann ich mich echt gut daran erinnern ja vegeta blue vegeta blue kam auch zuerst auf jp natürlich ich war so im hype ich habe da zeit gibt es von ihm ziehen können richtige maschine ich bin richtig froh dass ich ihn testen konnte chance habe ich dann ebenso gezogen mit einem dupe an ui goku kam aus den tickets kam aus dem tickets vom 250 million dollar celebration von der und merke das meine so wenn man einfach um ui goku free to play zieht dann ist es halt gleich so es mag schon bock auf jeden fall jp account ja und hier guck mal einfach tierversion auf 100 prozent um zu testen ist das meine raus mit den orbs auf global da zählt man schon jeden stone zählt aber schon jeden ort auf jp das verfahren alles raus damit dann noch sind die karaktik du weißt gar nicht mich auf kippe habe ich glaube neulich gezogen im super bau war dann glaube ich von dem frechen super bau baby geht habe ich gefühlt oft gezogen auf jp kann das sein ja siehst du folie bist du schon auf jeden fall jyro jeden habe ich jeden habe ich aus habe ich ich glaube ich habe ich auch aus dem singen um ehrlich zu sein als er raus kam mit ego vegeta ich glaube ich glaube und im banner von metalcooler habe ich dann zwei jups gezogen zeigen eine multi da waren wir auch live im stream das hat auch richtig bock gemacht wie geht er den für den habe ich auf global die man sich unbedingt auf 100 prozent da bin ich schon gut reingegangen ins banner aber da war ja ein feature ssr garantiert pro multi aber trotzdem im endeffekt viele mutter gebraucht um ihn zu bekommen auf global habe ich mittlerweile ich weiß nicht woher einfach so mit zwei jp offen so auf jp meine story auf jp vier fahrgoku freunde ich glaube ich habe auch bei dem oben links unten rechts geöffnet ok ok ich dachte ich habe einen oben links geöffnet kacke gebaut aber nein ultimate gohan habe ich auf ansage habe zu ski gesagt schau an anski da waren wir glaube ich auf dem weg ja irgendwo auf dem weg ich habe zu ihnen gesagt da war der evo vegeta banner online ich habe diese anski ich komme auf einem multi beim evo vegeta banner ich sage es dir jetzt ich ziehe ganz sicher ultimate gohan war auch so ich habe ultimate gohan gezogen bevor ich ihn auf global hatte sie das auch das geile ich habe viele lieder hier gehabt bevor ich auf global hatte sage ich mal also auch als ich schon noch global release worden da konnte man das testen war ich auf jeden fall angenehm und ansonsten freunde ja wie sie sind super seien 3 goku super seien 3 vegeta gt den habe ich glaube ich auf global noch gar nicht erwähnt aber hier habe ich ihn mit sa 10 zwei dupes auf jeden fall nice piccolo dennau piccolo haben wir auch im stream gezogen auch auf jeden fall cool hier zum beispiel den auch auf 100 prozent einfach getestet damit wir wissen was er so drauf hat und ich bin gerade dabei lr vegeta blut zu holen für mein future future gohan team wenn future gohan habe ich auch das glück gehabt ihn in metal cooler banner zu ziehen da bin ich gerade dran strengt für seel freunde ich glaube im ersten oder zeiten multi direkt gezogen auf jp gg so versteht ihr komplett free to play zu uns waren es auch an das ist richtig geil einfach so super buch war auch richtig nett ein video rausgehauen aber dann nicht im video gezogen aber dafür im stream und super buch finde ich wirklich sehr sehr cool eine transformation kategorie finde ich echt geil hat auf jeden fall was ich glaube janembert haben wir auch mit ihm gezogen in seinem banner oder in einem anderen banner glaube ich für sie auch glaube ich um diese früße ist ja zehn geklatscht natürlich wirklich sehr sehr gut ich habe den glaube ich in zingsheim gezogen beim freezer banner und hier den meinte ich freunde das war vom letzten jahr vom jubiläum also vom zeiten jubiläum sollte das gewesen sein da hat der gewinner diesen wie geht er bekommen und der verlierer jamscha und diesen wieder wollte ich ums verrecken um ein auf mein global account aber dann habe ich gottes an jp angefangen habe ihn auch auf diesem account quasi an der stelle und ja ich habe noch gar nicht auf 100 prozent gebracht aber erst eins ist okay aber welche auf jeden fall irgendwann mal nachholen dieser weg ist auf jeden fall aber auch geil aus in seinem pinken hemd in seinem pinken hemd whatever will you to blue ja whatever den habe ich auch irgendwo irgendwie gezogen zwei dupes sogar krass okay kevlar zwei dupes auf die war kevlar wollte ich unbedingt auf 100 prozent und ich war kurz bevor sie auf jp auf 100 zu bekommen aber dann habe ich es auf sie auf global zu mitbekommen dreifach gut ich wurde auch im singe zusammen gezogen es ist halt unglaublich da merkt ihr dreifacher gothanks dachte ich mir ja cool dreifacher gothanks ich werde ihn eh nicht spielen ich werde ihn auf se1 lassen ich klatsche den oben links rein so war ich auf jp drauf freunde so war ich auf jp drauf wie gesagt neu gezogen hier an der stelle auf se10 gebraucht auch in solide unit auf jeden fall die werden uns spätestens ansehen sobald er auf global kommen sollte als preview sag ich mal und ansonsten ja was aha der legend of lr cell freunde ihr habt mich immer auf den arm genommen ich fand es natürlich nicht böse ja alles cool das war auf jeden fall cool ihr habt einen witz gemacht und habt gesagt hey also du hast du lsl ist das lsl der ist auch von physisch stein aber viele haben gedacht im stream das sei lsl dann habe ich mitgemacht mit dem meme und einfach so ja ist lsl und so geil oder sollte in solchen schocken dann habe ich in dem lsl banner damit zusammen herrschen im stream haben wir dann tatsächlich ja lecker mir in einem singen samm lr cell gezogen nach dem meme aber das fand ich umso geiler ja wir hatten ja quasi eine gemeinsame geschichte wegen dem meme und dann haben wir ihn wirklich gezogen aus der legend of hashtag 1 singen samm freunde das ist jp und der legend of hashtag 1 singen samm trifft glaube ich auf fast jedem lr zu den lr habe ich an meinem geburtstag gezogen dieses jahr lr super central goku bei nacht mit einem single zusammen an sich der allererste lr den ich hier gezogen habe war lr gohan auf jp ich weiß aber nicht mehr wo ich ihn gezogen habe ich habe sogar ein dupe von ihm habe ich aus den tickets gezogen glaube ich sein dupe glaube ich weiß nicht und lr gohan war der allererste lr und ich habe mich über lr gohan natürlich übertrieben gefreut auf globel natürlich auch aber hier habe ich ihn zum allerersten mal gezogen mein allererste margen vegeta und das war der hier habe ich auch hier auf jp gezogen das war folgendermaßen freunde da habe ich mich für irgendwas beworben sag ich mal und da war ich am abend vom pen gehen mit meinen kollegen anski knockrock shoutout an sie da waren wir im ts damals noch haben ein bisschen geredet die haben mir geholfen wegen bewerbung ich habe gesagt jungs hat meine bewerbung jetzt abgeschickt und jetzt zu belohnen kommt hast du rein singen samm ich klatsche runter so nebenbei aber jp war einfach nebenbei war am pc nebenbei ich starte leuwerten spielen auf einmal ich guck hin du 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 ich schrei oh mein gott ich schrei richtig ich war baff ich habe ihn gezogen aus eigentlichen samm ich nehme mein headset ist jungs jungs die sagen was los hast du verkauft wegen der bewerbung ich so scheiß mal auf die bewerbung ich habe margen vegeta gezogen und das sind dann so die momente freunde es war richtig geil auf jeden fall ansonsten lr vegeto auch bei nacht nachdem ich feierabend habe feierabend hat als auch von meinem wochenend job legt bei nacht kam ich zu hause an wenn ich das wenn ihr das wieder anseht am welchen merken ich habe ein bisschen ja erschöpft sage ich mal das weißes t shirt an so aber da habe ich ihn einfach gezogen ein durchlauf konnte ich machen und da habe ich eine visio gezogen war auch richtig geil auf jeden fall margen habe ich auch paar nächte gefahren dass ich noch 100 habe aber margen sage ich für du play lr vegeta aber auch da auch das hat sich gelohnt lr trunks ihr werdet mich jetzt auslachen ah lr trunks aus den tickets ich glaube sogar aus dem allerletzten ticket auch aus einem singen sammeln aus dem dreijährigen jubiläum tickets sollte das gewesen sein nämlich mit dem vegeto aus dem allerletzten krass freunde metal cooler auch gut richtig geil aus dem barbershop natürlich zwei dupes mittlerweile und zwar insofort waren das alles sammeln lr ja und trunks er solltet auch noch auf globe kommen wenn euch auch auf 100 gefahren ja freunde was soll ich sagen lange rede kurz sind so viel zu meiner charakterboxer serie meine karaktere ich habe echt fun mir macht jp übertrieben spaß auch mega schön habe ich auch neulich erst gezogen und darüber habe ich mich echt gefreut weil ich ein shadowdrank team bauen konnte dann mit football gucki im endeffekt am ende noch ein kleiner zusatz freunde und zwar habt ihr es vielleicht gesehen im letzten video habe ich noch auf jp auch also ich hoffe es also sind noch dazu eigentlich weil ich bin umdruck 400 den neuen goku leck gezogen und zwar auch natürlich wieder mit einer atemberaubenden situation einfach im allerersten multi mit einem bait als allerersten charakter aber im selben multi war auch noch super seien drei bar dog insane freunde ich wollte euch einfach mal das vielleicht auch teilhaben oder wissen lassen ja an der stelle soviel zu dem rank 400 video zu meinen charakterist ich hoffe das ganze hat euch gefallen wenn ja gibt den ganzen like ein freund und vielen like für eure ganz unterstützung wie immer und wir sehen uns auf jeden fall das nächste mal haut rein freunde macht's gut peace und ich bin mein 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 Untertitelung. BR 2018